Wir haben ihn. Okay, dann haben wir schon mal einen gekillt. Oh, guck mal, da kommt doch was. Wie fährt der denn? Der fährt ja wie ein Irrer. Der ist ja wirklich wie ein Irrer gefahren, ne? Ich habe mir dann einfach gedacht, nee, dann schieße ich lieber den ab, der gerade fährt. Ah! Der hat ja keinen Sprit mehr. Da hätte ich ja den anderen erstmal abschießen können. Der Typ hat ja echt keinen Sprit mehr. Mitten auf der Brücke. Das ist schon traurig. Extended mag. Oh ja, stimmt. Stimmt, wir gucken mal, ob der eins hat. Wir gehen hier mal hoch. Und dann gucken wir mal, wer so alles auf dem Berg hier oben ist. Oh, guck mal, da ist einer. Oh. Und dann würde ich sie wegstä�igen. Down. Und da ist hier nochmal einschreibe. Oh. Mar suggestionos industri. Okay, manche Leute verstehen irgendwie nicht, von wo die Schüsse kommen, ganz komisch, komische Sache. Man, mit unserer Snipe wäre das auf jeden Fall echt schick, aber ich meine, wir sind ja extrem auf dem Präsentierteller dann, ne? Das ist der Nachteil. Es kann nicht sein, dass der mich die ganze Zeit trifft hier. Das ist unbelievable. Oh ja, der wurde von irgendwem anderen abgeschossen. Sehr schön. Sehr schön. Ja, sehr gut. Da hinten, ich sehe den am Stein. Wir haben gerade einen dicken Fight. Spannende Musik Das war's. Ist mein Tod da oben? Dacht mich schon, was zum... Wollte der einfach nicht drauf gehen. Der wollte einfach nicht drauf gehen, der Typ. Der wollte einfach nicht drauf gehen. Das war nicht mein Plan. Ich laufe jetzt einfach hier durch. YOLO! 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 Oh! Oh! YOLO! 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 YOLO!